hi leute herzlich willkommen zu einem neuen video natürlich wurde auch zündungseitig von vielen tuning herstellern einiges verbessert das wollen wir uns heute mal anschauen indem wir uns die cdi's anschauen und vergleichen indem wir zündspulen vergleichen zündkerzen stecker zündkabel und natürlich zündkerzen da gibt es einiges an unterschieden verbesserungen da gehe ich heute mal ein bisschen drauf ein und dann sage ich viel spaß auch bei den cdi's gibt es tuning möglichkeiten und zwar habt ihr einmal die ganz normale originale von minarelli die ist je nachdem ob ihr mofa oder 45er roller habt drehzahl gedrosselt und manche können sogar über ihre drehzahldrosselung die geschwindigkeit begrenzen damit da könnt ihr abhilfe schaffen indem ihr eine offene cdi verwendet so schaut ihr aus ist nicht besonders teuer das einzige was die besser kann als die originale ist dass die halt keine drehzahlbegrenzung hat das ist jetzt noch eine von piaggio die piaggios sind komischerweise nicht gedrosselt die machen das immer anders aber im prinzip kann man bei der cdi einfach die gedrosselte gegen eine ungedrosselte tauschen und man kann den roller voll ausfahren an leistung bringt das selber nichts die sind nicht weiter optimiert es gibt zwar offene cdi's von bekannten herstellern zum beispiel malossi die sind dann auch noch drehzahl optimiert und haben den drehzahlbegrenzer den ihr aktivieren könnt und so weiter aber in der regel einfach gedrosselte cdi offene cdi fertig da hat man nicht viel mehr auswahlmöglichkeiten so kommen wir zur zündspule und zum zündkerzenstecker ihr habt jetzt zum beispiel die originale zündspule hier von explorer keyway cbi und so weiter die macht ihren zündfunken und der macht sie auch gut aber wenn ihr den roller tunen wollt und mehr drehzahl aus dem roller rausholen wollt dann ist die halt irgendwann am ende und in der regel ist das so bei 10.000 10.500 umdrehungen wenn ihr jetzt höhere drehzahlen wollt und trotzdem noch einen konstanten zündfunken dann braucht ihr eine racing cdi racing zündspule natürlich da könnt ihr dann von allen möglichen herstellern welche kaufen und im prinzip sind das dann einfach nur größere zündspulen die einen stärkeren zündfunken machen und somit auch höhere drehzahlen abkönnen mehr ist das nicht wenn ihr jetzt einen piagi roller habt dann habt ihr cdi und zündspule in einem auch dafür gibt es natürlich teile zum tauschen klar wollte jetzt noch mehr drehzahl leistung und so weiter dann gibt es natürlich noch richtig teure zündspulen von den guten herstellern wie malossi polini stage six und so weiter die ist dann noch mal ein stück größer und der vorteil bei der ist die kann einen konstanten zündfunken bis 20.000 umdrehungen liefern ist garantiert und kein roller dreht 20.000 die härtesten was ich bisher gesehen habe haben 15 16.000 gedreht dafür reicht das dann auf jeden fall aus auch in sachen zündkerzen stecker kann man da natürlich optimieren jetzt hier zum beispiel einen stinknormalen originalen der hier ist auch ein ganz normal original der verrichtet sein werk aber wenn ihr mal so richtig krass drehzahl fahren wollte und leistung sollte man natürlich da auch optimieren vor allem weil die teile nicht besonders teuer sind dann gibt es hier so racing zündkerzen stecker die sind vom widerstand her optimiert weil der hatte auch noch mal einen widerstand drin und die halten auch besser sind widerstandsfähiger temperaturmäßig und wasserdicht also wasserdichter als die originalen und sowas kann man sich natürlich auch zulegen ist das gibt es natürlich auch wieder von jedem hersteller ich habe jetzt gerade ihn hier da ja wie gesagt auch ein muss auf jeden racing motor um einen konstanten und starken zündfunken auch in sehr hohlen drehzahl bereich zu haben und ihr dürft nicht vergessen wenn ihr jetzt ein gutes sport setup habt dann könnt ihr manchmal auch schon umdrehungen also drehzahl von 10.000 bis 11.000 haben bei einem racing setup habt ihr ganz schnell mal 13.000 und dann wenn ihr high end fahrt ist sowieso 15 16.000 wenn man gut abstimmt und einen sehr hochdrehenden auspuff hat und dann sollte man über sowas schon nachdenken vor allem weil das zeug einfach nicht teuer ist eine bessere zündspule kostet einen zwanziger so ein zündkerzen stecker kostet glaube ich 10 oder 15 euro das kann man schon mal ausgeben es gibt auch racing zündkabel da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen unterschied zum original gesehen aber wer das will soll das halt machen die malossi zündspule ist dann natürlich schon teuer die kostet glaube ich 50 oder 70 euro aber die sollte man dann in verbindung mit einem innenrotor kit fahren auch zündkerze mäßig kann man tunen man hat ja meist so eine b7 hs drin und das erste wäre mal dass man zum beispiel eine br rein macht die ist entstört was euch eigentlich so weiter nichts bringt auf original aber zum beispiel einen sauberen zündfunken bringt und eure drehzahlmesser richtig anzeigen lässt auf original ist es egal aber wenn ihr ein bisschen tunen wollt heute gehört ein dann ist das nicht verkehrt und wenn man natürlich dann noch mehr leistung rausholen will und mehr tunen möchte dann kann man zum beispiel so was hier nehmen eine ngk oder auch denn so gibt es jeder hersteller hat solche und zwar sind das klar also platin kerzen oder iridium kerzen und die unterscheiden sich halt in den materialien und ich hole sie mal raus und man hat quasi im vergleich zu originalen ihr seht eine ganz andere elektrode dünner aber man hat den wesentlich stärkeren zündfunken und natürlich konstanter und widerstandsfähiger und für mehr leistung einfach ausgelegt so eine tuning zündkerze bringt euch jetzt nicht unbedingt leistung aber wenn ihr mal ein bisschen mit dem gemisch nicht ganz passend zeit kann es ja sein dass die euch weg brennt also unten euch die elektrode weg brennt und da seid ihr mit so einer kerze halt eben auf der sicheren seite das ist jetzt mal eine gebrauchte iridium für die straße ist das glaube ich nichts so eine iridium oder platin kerze außerdem sind die relativ teuer wenn ihr überlegt für eine originale zahlt ihr vier euro für eine entstörte so sieben acht euro und so eine hier kostet gleich mal 25 also das würde ich echt nur ein racing oder high end motor gönnen aber für high end natürlich pflicht das braucht man einfach und das war es eigentlich mit den zündkerzen ich habe jetzt gesehen verschiedene hersteller sind jetzt dran die haben jetzt nicht mehr ein so eine elektrode sondern drei und haben den dreifachen zündfunken ob das jetzt bei den rollern was bringt ist einmal dahingestellt aber ich denke da kommt in der nächsten zeit schon noch einiges so wie ihr gesehen habt lässt sich auch hier natürlich einiges verbessern im vergleich zum original teil ein konstanter zündfunken ist natürlich für unsere motoren sehr wichtig und natürlich auch ein starker zündfunken weil wir wollen ja ziemlich hoch drehen und das können die original teile oft nicht ganz ab solltest du noch irgendwelche fragen diesbezüglich haben zu den gezeigten teilen oder auch allgemein schreibe es gerne in die kommentare ich versuche dir natürlich zu helfen und dann sage ich wie immer danke fürs zuschauen und bis bald